Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play LS17. Wir sind dabei, auf dem letzten Feld Weizen zu dreschen. Wir schauen mal, wie wir uns dabei so machen. Ob wir das in dieser Folge zu Ende kriegen und ob wir da noch eine Folge für brauchen. Und dann gucken wir mal, entscheiden wir, was wir mit dem ganzen Weizen denn alles so tun. Weil das ist dann ja doch eine ganze Menge. Wir könnten auf jeden Fall dann gleich erstmal schon einen Strohsammler losschicken. Das gucken wir uns gleich mal an. Erstmal sehe ich mal zu, dass ich hier hinterher komme und vielleicht dann gleich endlich mal den Kurs in den Abfahrer laden kann. Weil das erste Vorgewende fertig ist. Moment ist das noch etwas schwierig, weil dann hänge ich eh nur die ganze Zeit im Baum. Aber gleich dürfte das gehen. Gleich sind wir einmal rum. Ja, gucken wir mal, was er jetzt macht. Ja klar, weil er jetzt natürlich meint, er müsste jetzt zum... Naja, tanken wir von Hand ab. Geht ja auch. Kann man ja machen. Vielleicht sollten wir warten, bis der Füllstand 50% erreicht hat. Dann müsste er ja als Abfahrer die Anweisung bekommen, hinterher zu fahren. So, 50% Füllstand ist ja erreicht. Ich kann mal hier oben das Hut ausblenden. Feld 21 Kilo. Ich habe das Feld 21 genannt. In der Version 3.0 heißt es G1. Für Grasfeld 1. Das habe ich ja selber... Ja, eigentlich solltest du doch jetzt mal raffen, dass das hier dein Drescher ist. Dass du da mal hinfahren musst. Dass du nicht erst zurück zum Hof fährst. Abfahrer entlassen. Wir fahren jetzt selber abtanken. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Das ist mir nicht... Geht mir nicht schnell genug. Doof. Fahren wir hier hinterher. Was müssen wir denn alles mit dem Stroh machen? Wir brauchen auf jeden Fall Stroh... ...und Kompost. Wir brauchen Stroh... ...für die Kühe. Wir brauchen Stroh für die Futterfabrik. Was wir natürlich gut machen können, ist erstmal das ganze Stroh in den Hofsilo bringen. Geht ja auch. Da ist ja eigentlich auch nichts gegen, oder? Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen weit weg. Es füllt sich. Und der Drescher ist leer. Kann ich ja hier warten. Jetzt mal den nächsten Wegpunkt. Mal schauen, was er jetzt macht. Wenn das jetzt funktioniert, dann hole ich mir nämlich gleich... Ja, das sieht doch noch nicht ganz so schlimm aus. Außer, dass er da scheinbar... ...9,8 Meter habe ich aber eingestellt. Ja, solange er den nicht umfährt, ist mir das eigentlich auch egal. Soll er das so hinterherfahren? Weil ich befürchte... ...dass er schneller wird und den jetzt anschiebt und dann gleich aus der Bahn schiebt. ...oder sagt... ...oder sagt... ...da ist auf jeden Fall der richtige Drescher. Lassen wir ihn erstmal ein Stück vorfahren. Jetzt schicken wir ihn mal hinterher. Ob das schon so sinnvoll war, so früh. Ich kann es euch ganz genau sagen, ich weiß es nicht. Gucken wir mal, was er macht. Kleinen Drescher an Reichweite, ja gut. Äh, nicht gut. Jetzt schon wieder 74%. Keinbar. Nee, hat er nicht. 35%? Ja, trauen wir mal drauf, dass das funktioniert. Den brauchen wir hier erstmal nicht mehr. Dann zurück zum Hof. Der hat hier seine Korntreise. Meine Korntreise. Unglaublich. Wir fahren mal weiter. Bevor wir gleich was Neues anpflanzen, tausche ich die Kultivator-Density aus. Mist. Mist. Wieso stehen die beiden denn da? Ich wollte doch nur eben schnell hier diesen Anhänger wegstellen, damit ich dann da nachher wieder ein großes Gespann draus machen kann. Stellen wir den mal hier so ein bisschen aus dem Weg. Wir holen uns da den Sammelwagen, wie man ja glaube ich jetzt sagt. Ich habe ja immer Ladewagen dazu früher gesagt. Oder haben wir immer. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Ihr wisst, wovon ich spreche. Das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, dass wir da früher Sammelwagen zugesagt haben. Äh, Ladewagen. Nichts sammelbar. Aber. Haben wir. Wollen wir denn auch irgendwo Ballen hinbringen? Ein paar Ballen können wir halt nicht zu den Kühnen bringen, ne? Würde ich dann nachher nochmal hier einen losschicken, der hier zumindest das kleine Feld irgendwie da Ballen von macht. Upsala. Ja, Verkehrsschild umgefahren. Super. Ganz toll. Wir lassen den hier gleich schön automatisch fahren. Ich hoffe, ja, wobei einen Abfahrkurs zum Silo habe ich ja. Dann hauen wir erstmal das ganze Stroh in den Silo. Wenn das denn geht. Ich meine, ja, ich meine, das habe ich schon mal gemacht. Wie war es jetzt? Feld 2 sind wir. Da hatte ich doch irgendwas verändert. Was soll das denn jetzt? Wo habe ich denn hier zweimal Feld 2 Dreschen? Habe ich da nicht. Mal eben gucken. Der. Der ist vorhin stehen wir schon mal. Den hier. Und hängen den da mit dran. Und dann sagen wir ihm Feldarbeit fürs Beginnen am ersten Wegpunkt. Fahrer einstellen. Beobachten wir das Ganze mal kurz. Aber wenn mich nicht alles täuscht, müsste er jetzt hier vorne anfangen Stroh zu sammeln. Und uns das Stroh dann auch immer fein säuberlich in Silo fahren. Ja. Zumindest sammelt er schon mal. Das ist ja schon mal etwas. Der macht sich auch ganz gut. Hier steigen wir mal aus. Und den machen wir jetzt sauber. Weil den brauchen wir nämlich jetzt in dieser Erntesaison nicht mehr. Ein bisschen Licht. Das geht, was hier abgeht. Ist das schon sauber? Ist das hier noch Schmutztextur? Oder ist das einfach nur nicht schön von der Grafikkarte? Ich weiß es nicht. Boah, er hier ist ja auch völlig nicht verdreckt. Ah, groß. Da kann ich das eigentlich ändern, das Kennzeichen? Ja, das sieht doch schon schön aus. Den hier gleich mit sauber. Wenn wir gerade dabei sind. Der ist vollgetankt. Wir haben auch sehr viel Sprit in der Tankstelle. Ich habe hier gar kein Fluggewicht, wo das wohl geblieben ist. Bestimmt auf irgendeinem komischen Feld rum oder so. Naja, wie dem auch sei. Fertig hiermit Und den Drescher fahren wir dann gleich mal weg. Der muss hier ja nicht so sinnlos rumoxidieren. Der kann ja auch schön in seiner Halle gammeln. Steht noch der WKM, den ich schon ewig nicht mehr benutzt habe. Weil ich Let's Plays mache, glaube ich, noch gar nicht. Kann das sein? Ihr habt noch keinen Big M-Einsatz von mir gesehen, glaube ich. Nicht schön, aber selten. Der ist aus. Wir bringen hier mal unser Wieselpass weg. Glas Axion hat durchdrehende Reifen. Wie geht der denn schon wieder vor? Ach, herrje. Prinzipiell funktioniert's also mit meinem Kurs. Wahrscheinlich war er bloß etwas sehr schnell. Da kann man doch... Schwindigkeiten kann man noch einstellen. Soll ich da jetzt echt noch ihn noch langsamer machen, dass er noch länger braucht? Nee, nee. Das kann's ja nicht sein. Wo wir jetzt natürlich aufpassen müssen, wir bringen ja jetzt auch automatisch Weizen hier her. Und der Weizenfahrer, der kommt natürlich genau von der anderen Seite. Das könnte dann hier auch dann irgendwann mal zu Problemen führen. Aber wie diese Probleme aussehen und ob's wirklich Probleme gibt, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn's euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst einen Kommentar, abonniert mich, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!